Mit einfachen Worten ins Abenteuer der Sprache. Ich lerne Deutsch. Mit einfachen Worten. Arbeitsamt. Nummer drei. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Welche Angebote gibt es für Jugendliche beim Arbeitsamt? Welche Angebote gibt es für Jugendliche beim Arbeitsamt? Welche Unterstützung bietet das Arbeitsamt bei der Existenzgründung? Welche Unterstützung bietet das Arbeitsamt bei der Existenzgründung? Wie kann ich mich mit dem Arbeitsamt in Verbindung setzen? Wie kann ich mich mit dem Arbeitsamt in Verbindung setzen? Wie kann ich mich mit dem Arbeitsamt in Verbindung setzen? Bietet das Arbeitsamt auch Beratung für Arbeitgeber an? Bietet das Arbeitsamt auch Beratung für Arbeitgeber an? Bietet das Arbeitsamt auch Beratung für Arbeitgeber an? Welche statistischen Daten veröffentlicht das Arbeitsamt? Welche statistischen Daten veröffentlicht das Arbeitsamt? Welche statistischen Daten veröffentlicht das Arbeitsamt? Wie arbeitet das Arbeitsamt mit anderen Institutionen zusammen? Wie hoch ist die aktuelle Arbeitslosenquote in Deutschland? Wie hoch ist die aktuelle Arbeitslosenquote in Deutschland? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren! Und gib uns bitte ein Like!